hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ihr habt es eben schon gesehen ein ganzer stapel tablets hier von doji die packen wir heute alle aus und zwar um ganz genau zu sein das t20 mini das t20 mini pro das t10 pro und das t20 ultra jawohl tablets in einer größen range von 8,4 bis zu 12 zoll also sehr klein und handlich bis zu richtig großem klopper und ich würde sagen wir legen sie jetzt mal hier rechts und links zur seite da könnt ihr die ganzen packungen sehen wir werden heute nur die tablets auspacken und mal so einen ersten blick drauf werfen ausführliche kurz reviews werde ich zu allen tablets nach und nach noch veröffentlichen ich muss die natürlich erstmal testen und da freue ich mich drauf denn ich finde große tablets super um videos zu schauen ich liebe aber auch so kleine handliche wie das ipad mini von früher ja damit fangen wir deswegen auch direkt mal an und zwar mit dem t20 mini wie gesagt 8,4 zoll ips display mit 2,3 k auflösung 128 gb speicher 9 gb ram wobei aufgepasst nur 4 gb echten ram 5 gb können quasi virtuell aus dem rom dazu geschaltet werden bei bedarf eine besonderheit ist hier noch wir können speicherkarte einschieben und zwar bis zu einem terabyte größe und wir können eine sim karte reinstecken jawohl die ist lte verbaut sehr coole sache gerade auch bei so einem kleinen mobilen teilchen wir haben einen prozessor mit acht kernen und bis zu 1,6 gigahertz taktung und das ganze wird angetrieben oder sagen wir versorgt mit einem 5060 milliampere stunden großen akku und das ganze läuft auf android 13 wlan gibt es natürlich auch 2,4 und 5 gigahertz dann packen wir das kleine ding mal aus ihr habt den packungsinhalt ja schon gesehen und ja von vorne schön schwarz und von hinten ach eine echt schöne farbe also gefällt mir persönlich sehr gut so schönes lila aluminium gehäuse das fühlt sich sehr gut an oben sieht man den antennen streifen ja dann an der seite haben wir die knöpfe lauter leiser power button die kamera sieht man schon und unten die stereo lautsprecher und den usb c anschluss an der seite kommt die sim und speicherkarte rein 3,5 mm klinken anschluss gibt es auch noch so ich starte das gerätchen mal und dann legen wir direkt los ja mit dem zweiten gerät und zwar ist das das t20 mini pro und pro bedeutet mehr power mehr ram um genau zu sein 20 gigabyte wobei wieder achtung 8 gigabyte echten physischen ram und 12 gigabyte können aus dem rom dazu geschaltet werden die speicher größe liegt jetzt hier bei dem gerät bei 256 gigabyte und es ist schwarz da seht ihr mal den unterschied ansonsten sehen die identisch aus beide haben hinten eine 13 megapixel kamera und vorne eine 5 megapixel frontkamera das ganze noch mit einem blitzlicht auch hier natürlich lte funktion klinken anschluss und wlan speicherkarten erweiterung stereo lautsprecher usb c android 13 more of the same aber alles halt ein bisschen besser und schneller so während ich die kleinen hier mal starte und kurz hochfahren lasse gehen wir direkt zum nächsten modell über und das ist dann unser mittleres modell das t 10 pro das kommt in dem fall hier mit 256 gigabyte speicher 15 gigabyte ram ihr kennt das schon 8 gigabyte echten ram 7 gigabyte können bei bedarf dazu geschaltet werden aus dem rom die display größe beträgt 10,1 zoll eine speicherkarte bis zu einem terabyte kann wieder eingeschoben werden der akku ist 8580 milliampere stunden groß angetrieben wird das ganze von einem acht kernprozessor also einem octa core der im 12 nanometer prozess gefertigt wurde dabei relativ stromsparend sein soll eine besonderheit haben wir noch nein nicht hier die sim karte sondern nebendran ihr seht schon da ist ein stift mit dabei jawohl mit zwei kappen auf der eine oder unter der einen haben wir einen ganz normalen kugelschreiber zum schreiben und auf der anderen seite man kann es sich denken ist das ein touch pen für den touchscreen wo man dann notizen machen kann oder in speziellen apps ein bisschen zeichnen kann alles ohne akku ganz rudimentär aber nett dass so was hier dabei ist auch hier das ladegerätchen ist natürlich wieder mit dabei wie bei den anderen auch mit usb anschluss aber man darf sich an dem kopf kratzen wir haben ein kabel usb c auf usb c und ein netzteil mit usb anschluss was ist da passiert das passt nicht so ganz naja so das hätten wir packen wir das gerät mal aus wir sehen schon die farbe genauso schön wie beim t20 mini aber hier inklusive schutzhülle und cover zum aufstellen das finde ich immer ausgesprochen gut wir blicken einmal kurz herum auf der unterseite sehen wir nichts hier auch nichts dort haben wir den usb c anschluss einmal dann hier lauter leiser power button klinken anschluss und ich klappe es mal auf dann seht ihr das 10,1 zoll große ips display und ja ich nehme es mal runter also hier das cover und dann seht ihr so ein standard cover also ganz schön zum aufstellen so flimsy ein bisschen silikonartig aber immer nice to have wenn so was mitgeliefert wird da will ich gar nicht meckern genau wie bei der farbe habe ich eben schon erwähnt sieht super aus gefällt mir richtig richtig gut die beiden hinteren kameras mit 8 und 13 megapixel hat man auch schon gesehen hier unten haben wir stereo lautsprecher und ja so sieht es aus ein bisschen abgerundeter ist das ganze und nur 8,3 millimeter denn natürlich auch mit lte funktion und allem schnipp und schnapp was die anderen geräte vorher auch schon hatten und natürlich auch einer kleinen 5 megapixel frontkamera damit kann man auch per gesichtserkennung entsperren so jetzt kommen wir hier zum riesen gerät zum t20 ultra 12 zoll display 32 gigabyte ram davon aber wieder man weiß es schon 12 gigabyte echten ram und 20 gigabyte können virtuell dazu geschaltet werden die speichergröße beträgt 256 gigabyte natürlich kann man hier auch der telefon karte einschieben natürlich kann man hier eine erweiterung für den speicher machen bis ein terabyte und natürlich ja hier ist jetzt schon könnt ihr auch eine display schutzglas folie drauf packen die direkt schon mitgeliefert wird sehr nett finde ich echt schön und wir haben wieder eine hülle mit dabei da kann man sehen ich kipp das monster raus meine fresse das ist schon ein ganz schöner großer trümmer so auf den ersten blick wobei das gerät nur 7,6 millimeter dünn ist es hat ein 2k display wie gesagt 12 zoll in der größe einen helio g 99 octa core prozessor wovon zwei kerne bis 2,2 gigahertz takten und sechs kerne bis zwei gigahertz und das ganze ist gefertigt in sechs nanometern die stromversorgung stellt ein 10.800 milliampere stunden großer akku sicher und auf der rückseite haben wir eine 16 megapixel hauptkamera auch wieder natürlich mit blitz und fünf megapixel haben wir vorne und gott sei es gedankt hier passt auch das kabel wir haben ein usb a auf c kabel dass man sogar in das netzteil einstecken kann sehr gut so jetzt aber mal hier ganz genau hingeschaut wir schauen erst mal hier rund um mit case unten sehen wir zwei lautsprecher und den usb c anschluss die speicherkarte kann dort eingesteckt werden der klinken anschluss für kopfhörer dann an der seite sehen wir lauter leise und power button gelegen ja ganz gut und dann noch mal zwei lautsprecher genau wir haben hier vier lautsprecher an dem tablet das heißt das verspricht richtig guten rundum klang so habe ich das gerne und ich habe auch immer gerne habe ich eben schon gesagt hier diese schutzhüllen dass ihr ist im prinzip dasselbe wie schon beim t 10 pro auch so eine recht labbrige silikonhülle die aber ihr zweck durchaus erfüllt das ist sehr schön und ja hier haben wir das ganze tablet es ist ein echt fettes teil hier unten gibt es noch mal so ein anschluss ja so ein pin anschluss vielleicht für eine tastatur ich bin mir da nicht ganz sicher was man dort anschließen kann und ihr seht auch hier schon die farbe das ganze ist wieder in schwarz und natürlich mit einem aluminium unibody gehäuse wie übrigens alle tablets die ich euch hier eben schon gezeigt habe alles in aluminium alles fühlt sich auch echt gut und hochwertig an die kamera die ist diesmal rund und hier sehen wir einen echt langen antennenstreifen für lte und für das wlan und bluetooth und hier unten steht es noch mal high res audio dank vier lautsprechern wird hier versprochen soll ich schalte das ding mal ein wo ist es hier oben ja man muss immer suchen die knöpfe sind durchaus unterschiedlich da seht ihr noch mal die frontkamera auch die dient zur gesichts entsperrung wie bei allen geräten und wir machen mal ein kurzes boot rennen in anführungszeichen ich kann die nicht alle gleichzeitig einschalten aber dann seht ihr hier auch mal dass wir durchaus unterschiedliche boot animationen haben bei den großen ist das ganze etwas ich sag mal prächtiger und spektakulärer gestaltet als bei den kleinen geräten so dann habt ihr jetzt hier aber alle gerätschaften gesehen echt schöne teile auf den ersten blick worauf ich besonders gespannt bin ist wie gut schlagen sich die kleinen geräte sind die kleinen und haben nicht so viel power dass die nerven im alltag oder lassen die sich gut und schnell bedienen was ich mir wünschen würde denn ich liebe so kleine handliche tablets und natürlich bei dem t20 ultra da bin ich super drauf gespannt wie die vier lautsprecher sich schlagen das bietet so ein tolles großes display wenn das noch in kombination mit dem tollen guten sound dasteht ist das ein sehr sehr interessantes gerät denn es kostet kleiner spoiler nur um die 300 euro das ist für so ein großes teil echt schon eine kampf ansage natürlich schaue ich mir auch das t10 pro an auch da bin ich gespannt nur zwei lautsprecher in anführungszeichen und die noch ein bisschen merkwürdig platziert sind die gut bedient sich alles schön schnell flüssig wie ist das display wie ist die akkulaufzeit kann man darauf spielen macht filme schauen spaß und 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 all diese infos gibt es dann in meinen extra test videos hier in den nächsten wochen ihr findet alle tablets hier unter dem video verlinkt und ich sage dann vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal hier bei mir bekehrt macht's gut bis zum nächsten mal hier bei mir